Ich bin einfach in mich reingefahren. Auch wenn das nur mein Zweitwagen ist, so was würde ich nie tun, Herr Wachtmeister. Lügen mal, du Penner. Sie glauben mir doch, Herr Wachtmeister, oder? Polizei Hauptmeister. Sie wissen ganz genau, dass Sie mir die Vorfahrt genommen haben. Ja, aber vor Gericht werde ich das Gegenteil beweisen. Armseliger Hampelmann. Anna, ich brauche einen Zeugen. Du musst aussagen, dass ich unschuldig war. Schau doch mal. Hallo Anna, danke, dass du mich abholst. Meine Güte, ich wäre fast ums Leben gekommen, weil dieser Span... Es ist, als wenn du diesem Span... Ich, Obert, rauche ich. Nein, lege mich jetzt ganz kurz mit dem Schnurrbart-Check in. Egal, ich lasse mir diesen... Erfolgserlebnis, ja? Was war es denn? Du hast einen Perversen gefunden, der auf deine wackeligen Oberarm steht. Die aufzumuttern. Ich meine es ernst, ich gebe wieder Aerobikstunden. Warum? Gibt es in deinem Leben nicht schon genügend Menschen, die sich über dich lustig machen? Ist es wirklich so schwer zu sagen, cool, ah, das wird bestimmt toll? Nein, ist es überhaupt nicht, aber ich will dich nicht anlügen. Und jetzt fahr endlich. Weißt du was, ähm, Albert hat sich da gestern übergeben. Vielleicht machst du deine Tasche besser in den Koffer raus. Sag es doch gleich. Sag mal! Ich denke, meine Familie ist eine starke Einheit. Sie schaffen das, hm? Na, Schwesterherz, warst du erfolgreich? Na ja, ich sag mal so, drei Tage noch, dann erschießt er sie und verkauft die Kinder. Nein. Wenn du Papa am Mittwoch zu seinem Tennis-Turnier fährst, dir das Spiel anschaust und ihn danach nach Hause bringst. Du erinnerst dich an unseren Fahnen. Und zu der Welt. Ich habe nicht jahrelang erfolgreich verhütet, um dann für Papa den Babysitter zu spielen. Sorry. Ich hasse diese Teppichratten. Wie hältst du das nur aus? Also ich... Moment mal. Ich war zuerst hier. Haben Sie keine... Was machst du denn hier? Ja, zur Zeit, ich früchte meine... Zwei Nüsse und eine hoffentlich amtliche Banane. Frau Monroe! Ah! Äh, Frau Dunkel, was machen Sie hier? Oh, das ist, ähm, blöd. Ich getreten, als ich ihr erzählt habe, dass wir beide hier waren. Jetzt geht's gleich weiter. Danke für die Reservierung. Geht doch selber. Geht doch selber.